Liebe Gartenfreunde, heute soll es um die Chili Challenge 2024 gehen. Ich habe nämlich gerade noch das Thumbnail gemacht und jetzt habe ich gesagt, ach komm, jetzt machen wir schnell doch das Video, hatte ich eigentlich für morgen geplant. Aber ich habe hier auch meine Chili schon dabei, die mir hoffentlich den Sieg einbringen wird. Und das ist folgende Chili-Sorte, das ist die, seht ihr das, die Numex Twilight. Ich habe das euch schon mal gesagt. Also die gute Nachricht ist auf jeden Fall, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Flänzlein. Sollte ich ganz gut gerüstet sein, falls mal 1, 2 vielleicht von den Schnecken attackiert werden, dann habe ich immer noch was in der Hinterhand. Und ich bin auch mal froh, dass sie überhaupt gekeimt sind, weil nichts wäre peinlicher gewesen, als wenn man gesagt hätte, ja, ich mache jetzt die Numex Twilight und dann nach drei Wochen, ich hätte doch irgendwie Lust auf eine andere Chili-Sorte. Ja, Leute, und für den einen oder anderen, der jetzt denkt, Robert, von was redest du denn der Chili-Challenge 2024? Was ist denn das eigentlich? Okay, da erzähle ich euch nochmal eine kleine Geschichte, da hole ich nochmal kurz aus. Im Januar, ich war gerade zurück aus Nepal, in meinem Postfach Chili-Gartenfreak, willst du mit bei der Chili-Challenge machen? Und ich dachte, oh, irgendwie noch so halb im Winterschlaf, nee, jetzt irgendwie, ja, ich sage, ja, ich gucke es mir mal an und dann wieder, eine Woche später hat er mir wieder geschrieben und ich so, ja, ja, keine Zeit gehabt, naja, und so weiter, kennt er ja. Man schiebt das dann so vor sich her. Dann hat auch der Matze von Matzes Hobbygarten bei Instagram, könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, die ganzen Links findet ihr in der Beschreibung. und dann geschrieben, ach, Robert, schaust du da mal an, mach da mal mit und naja, okay, dann irgendwann habe ich es mir angeschaut, ja, faul, wie ich war und dann dachte ich, ja, ist eigentlich eine richtig coole Idee von dem Malte. Das ist nämlich der Chili-Gartenfreak. Bei dieser Chili-Challenge sind jetzt, glaube ich, auch schon 40 Leute mit dabei. Ich weiß nicht, es gibt so eine Wörterliste, die wird ständig aktualisiert. Der Malte kann ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie viele es jetzt gerade im Moment sind. Also es sind jedenfalls echt viele Leute von Instagram, von YouTube und so, die da mitmachen. Und jeder muss sich, oder jeder dieser Personen, die da mitmachen, muss sich eine Chili-Sorte wählen. Also eine einzigartige, die jetzt noch nicht von anderen Personen gezüchtet wird. Und somit erreicht man eigentlich, dass ihr als Zuschauer dieses Jahr so viele Chili-Sorten kennenlernen werdet, wie ihr das wahrscheinlich die letzten zehn Jahre nicht bei YouTube kennengelernt habt, irgendwie bei den Gartenkanälen. Weil wir bekleiden oder wir als Chili-Anzüchter für unsere Chili-Sorte bekleiden das Wachstum der Pflanze. Wir müssen jetzt natürlich irgendwie dafür sorgen, dass die wirklich groß und stark wird, dass das tatsächlich die größte Chili-Pflanze Deutschlands wird. Und ihr könnt euch denken, da macht sich jeder schon einen Plan. Also es wird da wahrscheinlich so viele Geheimrezepturen geben. Es wird da viele Tipps und Tricks geben, vielleicht. Oder es wird Geheimfummeln geben, die für immer verschlossen bleiben, weil die so erfolgreich waren. Ja, das wird echt sehr spannend für euch werden. Und ich werde die Pflanze jetzt, glaube ich, so am Wochenende pikieren. Ihr seht, das erste echte Blattpaar hat sich hier gebildet. Und könnt dann gerne mal in die Kommentare schreiben, interessiert euch das Pikieren der Chili-Pflanzen? Ist das jetzt ein Thema, was euch im Allgemeinen interessiert? Gerne dann mal die einzelnen Kommentare, dann kann ich dazu ein Video machen. Und dann werdet ihr und alle anderen Teilnehmer der Chili-Garten-Challenge auch sehen, wie die Pflanze draus in den Folientunnel wandert, ins Gewächshaus wandert. Und dann begleiten wir die bis in den Herbst hinein und schauen einfach mal, was da rauskommt. Und da freue ich mich echt schon richtig dolle drauf. Und ich habe mir auch schon den Plan geschmiedet. Ich habe da so ein Geheimrezept im Kopf. So mit Pflanzenjauchen, mit Bokashi und so, wie ich glaube, eventuell sogar die Challenge gewinnen könnte. Nicht, dass ich jetzt schon wieder so viele verspreche und dann total abkacke, weil ich habe hier richtig harte Konkurrenz. Also ich trete hier gegen absolute Chili-Profis an. Und ich würde mich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht als Chili-Profi bezeichnen. So, das war die Challenge. Wir schauen mal kurz in die Anzucht. Was ist gekommen, was ist nicht gekommen? Ich habe ja gesagt, ich will euch auch mal zeigen, was schief geht. Es ist auch einiges schief gegangen mal wieder. Aber ich zeige euch das jetzt mal. So, wir schauen hier mal um das Kunstlicht. Und das sieht doch schon ganz gut aus. Also das ist hier keine Chili, das die für Salis. Aber die anderen, ja, Chili sind ja eigentlich ganz gut gekeimt. Bei einigen gab es doch den einen oder anderen Ausfall. Aber ja, bei der Menge der Pflanzen mache ich mir da keine Sorgen, dass ich den Folientunnel vollkriege. Das hier ist die Seven Pot Ducla. Ducla, ja, sehr spärlich die Keimung. Also drei Pflanzen bisher oder drei Keimlinge zu sehen. Wir schauen mal, was da passiert. Und die hinten, das sieht auch richtig gut aus. Das ist die Peder Pepper. Ja, könnt euch freuen. Also es ist einiges im Angebot auf jeden Fall dieses Jahr. Und ja, jetzt muss ich mal zu meiner Schande gestehen. Ich bin seit drei Wochen in der Anzucht. Und ihr seht, wie sie sehen, sehen sie nichts. Hör mal, was das hier für eine ist. Das ist die Large Red. Ach, meine Güte. Ihr wisst, wenn sowas passiert, dann ist natürlich das Saatgut schuld. Schlechtes Saatgut hier gewesen. Und hier, das ist jetzt die Trinidad Scorpion. Batsch, T-Gelb, ja. Okay, da ist auch noch nichts zu sehen. Überhaupt nichts. Nicht mal ansatzweise irgendwas. Ja. Aber auch so kann es gehen bei der Chili-Anzucht. Also wenn das so ist, meine Erfahrung für mich persönlich, wenn das so 70 Prozent keimt, ist man schon ganz gut. Gut, vielleicht gibt es auch noch irgendwelche Tipps und Tricks, die ich nicht kenne. Aber wie gesagt, ein paar Chilis werden wir auf jeden Fall dieses Jahr haben. Also wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben oder acht verschiedene Sorten. Also da könnt ihr auch schon was sehen. Und wie gesagt, bei der Chili-Challenge 2024 werdet ihr eine Vielfalt kennenlernen. Ich glaube, das hat Ganzgarten YouTube noch nicht gesehen. Und da auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank an Malte für deinen Einsatz, dass du alle Leute genervt hast, connected hast, angeschrieben hast, in die Liste eingetragen hast und so weiter. Ist auf jeden Fall eine Menge Arbeit. Das weiß ich, was solche Organisationsthemen mit Social Media und so weiter, das ist richtig viel Zeit, die da reinfließt. Also vielen Dank nochmal an dich. Und ja Leute, folgt gerne dem Chili-Garten-Freak, dem Malte und allen anderen, die unten in der Liste stehen, in der Beschreibung. Danke für eure Zeit und gerne nochmal zweckstimplikieren, die eins in die Kommentare, wenn ihr an so einem Video Interesse hättet. Danke für eure Zeit und Chili-Ahoi!